da kann traust du dich nicht der ganze Haus und nochmal äh tschüss sah geil aus wie er so nach hinten weggekippt ist vielleicht hat er sich auch nur so komisch angehört weil der Mund so übelst zu geschmolzen ist so sah das jedenfalls aus äh was haben die denn hier hinten für Waffen benutzt zum schlocken ich glaube ich nehme mal ein großes Rohr dauert auch nicht wirklich lange zu schlagen hat aber einen ordentlichen Schaden also macht ordentlich Schaden hat nicht, macht nein das war klar das war so klar wie Clothesprayer was muss ich für einen scheiß Spruch der Vorschlaghammer Sledgehammer kann das sein dass unsere äh ja Ausdauer im laufe des Spiels steigt mir kommt es ein bisschen so vor mein Arm juckt so aber das war mein Finger so äh 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 hat er sich umgezogen? ne ranzoom piepipipipi ja ne drehen sie drehen sie die ach so deswegen hat er jetzt auch andere Kleidung an ja logisch und ich wundere mich hier brauchen wir die Feueraxe super wir werden uns die mal wieder suchen die er gerade mitgenommen hat das war der Penner ähm shit wackelnde Lampen tolle Physik echt sehr tolle Physik guck mal ja wie auch das war da wie ein Gerichtsmotten ein Truster dran gemacht hätte er richtig schlecht so ähm können wir hier lang ich hoffe doch ah sieht gut aus Plattformen klingens äh oh ok hallo wieso kann man die von hier nicht aufmachen keine klinke toll die Frage ist jetzt nur wie warte mal oh shit hab ich mich jetzt erschreckt äh plötzlich fängt die Scheiße an zu brennen ich hab mir schon irgendwie sowas gedacht Moment nein jetzt nicht nochmal denselben Fehler machen du Idiot so was ist denn hiermit ja seht da hier geht's auch lang und hier gibt's den Vogeln und hier gibt's den Spinnen und hier und hier und mehr gibt's hier nicht toll was haben wir das jetzt gebracht gar nix wie komm ich an die Axt ran lass mich überlegen gar nicht oder kann er sich die Axt einfach nehmen aus dem Dampf heraus und ich wette er stirbt dabei oder so oder verbrennt sich jedenfalls schauen wir doch einfach mal ja ich schätze man kann sich die Axt nehmen also nach der Logik her würde ich jetzt sagen dass er gesagt hätte irgendwie ist zu heiß kann ich nicht anfassen oder so oh klingelingeling klingelingeling Thomas speaking document is a standard city issue train schedule pressure has been applied from a stylus highlighting two scheduled routes both originating from central metro station Route 16 to Burnside departing 510, 730, 930 AM Route 66B leads to Briar das ist ein kleines das ist eine kleine Stadt eine Stunde nach dem Nordwesten das ist 930 AM und 20 Uhr das ist sein das ist sein Hub also er geht auf beide lokationen regelmäßig ich habe auch D.N.A. von der 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 Bote 99.8% probabilität der Mannschaft 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 er mal krass wahrscheinlich auch so ein easter egg herr leute wir haben das spiel viel entwickelt warum packen wir nicht einfach mal irgendeine durchgeknallte genau so aussieht wie einmal da rein das ist bestimmt nüftig so war ja nicht irgendwer habe ich zwar nicht wirklich nötig aber nehmen wir es mal so was war denn diesen drohen rohre führen meistens zu dampfleitungen auch gott das ist wieder so ein irrgarten hier ich sehe das schon 10.000 wege und möglichkeiten na gut egal wir gehen da runter war ich mich ziemlich sicher wenn es so richtig ist da unten er ist voll am umschubbasten gerade so seht ihr da ist die welt das war wohl das hier kommt schon wieder die vier die uns besuchen wollen wenn da jetzt nichts wartet er dann weiß ich auch nicht sag ich doch hey du ich hab dich hier sehen du brauchst gar nicht wegrennen okay oh shit wow du kannst schön da bleiben so wo war jetzt noch mal das dampfdings wums war das nicht hier durch und dann nee quatsch nee 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 das war hier nee nee war es nicht oh schatz jetzt ist es in der falle schießt schön leer das ding lass mich kurz überlegen oh shit das war zu lange such dir eine waffe ich will ja nicht unfair sein naja jetzt aber kam ich habe 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 das hat funktioniert warum sollen wir in diese tür gehen nur um da wieder raus zu springen aber jetzt mal ganz im ernst wo war war das hier mit dem dampf ja klar war das hier mit dem dampf also meine orientierung ist echt nicht die beste so ganz ruhig bleiben ich nehme nicht leider stehen treppe die treppe ist viel sicherer der leiter da kannst du wegrutschen und dann kannst du was brechen ja gut auf der treppe ist das auch möglich aber ich geh lieber der treppe als der leiter runter oh man ey sie haben die spur des verdächtigen verloren mission gescheitert moment die müssen wir nicht lang oder müssen nach unten ok jetzt dürfen wir suchen und finden ist noch einer oder 14 mit schatten sah so aus wie gegner was könnte er mit ihm zu tun haben wahrscheinlich wieder ein stadtplan moment waren wir da nicht schon mal ok also hier unten ist soweit nichts wie ich das sehen kann oder ne hier ist nix doch hier ist doch was hier ist ein durchgang das ist die scheiße sieht alles gleich aus und dann kann man sich schon mal ein bisschen verlieren hier ah da so oh shit ich glaube ich muss hier raus dann wäre ich hier gleich bestimmt gebrutzelt ähm altes kraftwerk ist das hier also ich höre eine frau und diesmal wird sie wow durch gelegt bruch sterben wenn ich es hinkriege man oh fuck noch einer ja so schnell heilen oh shit kommen die alle her so die frau hat schon geist aufgegeben war klar dampfrohr oh nicht schlecht damit kann man auch ordentlich aufs maul hauen so hier bin ich doch bestimmt richtig oder ja oh oh viele gegner zwei feuerwehrmänner super kloppen die sich gegenseitig ne wahrscheinlich so die noch eben so auch hinter mir ist einer auch auch sie wollen mich nicht erinnern an die Affenmenschen ausseiten die machen nämlich auch so ein Geräusch so ein so ich brauche Heilung wenn ich die Heilung ich kriege mich gleich eh tot die haben mich gerade ganz schön in die Zange genommen besser als nichts ich sie was ich ignoriere die jetzt einfach mal ich sammle lieber die toten Vogel hier auf äh lass mich raten ich wette ich brauch die Schaufel gleich obwohl ne scheiß auf die Schaufel ey du da blub 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 wisst ihr was den haben wir noch aufs Maul und dann war's das ich hab nämlich keine Zeit mehr na komm na komm na komm ding und ding und ding der hat auch ne Schaufel hua 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 so kann man was sicher gehen so war jetzt nicht noch einer Hier war doch noch ein zweiter. Wo ist denn der hin? Na, egal. Ah, nee. A, B, C. Da sind wir hergekommen. Da ist der zweite. In die Turbine rein. So. Ausmachen kann man sie nicht. So, egal. Das war's. Wir sind angeschlagen. Und ich bin auch angeschlagen. Psychisch nicht. Egal, die Zeit ist rum. Und ich muss jetzt bohlen. Und, äh, ja, wie gesagt, in den nächsten zwei bis drei Tagen gibt's wahrscheinlich noch keine Parts. Also, ich werd so, 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 ich werd so früh welche aufnehmen, so früh ich kann. Aber ich kann für nichts garantieren, ja? Also, man sieht sich wahrscheinlich, ja, man sieht sich wahrscheinlich eher in Karl Online. als, äh, hier. Bei den Parts. Also, bis dann. Tschüss.